Konnichiwa, Twitches! Ich habe gehört, dass Mark Jefferson hier heute Abend sein sollte. Das war so schade. Ja, ja. Ja, Focus on the Focus. Kann ich nicht vorher... Kann ich nicht vorher... Ich glaube, Jefferson hat sich schon am Champagner besoffen, oder? Nicht Jefferson. Ah, wie heißt der Typ? Okay, ich kann auf jeden Fall mit niemandem reden. Auwei. Max, das wird dein... Das wird nicht gut enden mit dir. Deine Nase blutet jedes verdammte Mal mittlerweile, wenn du deine Macht benutzt. Entschuldigung, ich würde dir ein paar Fragen über deinem Arbeit fragen. Sorry, aber... Ich sag doch, dass es nicht gut ist, was du machst. Jetzt... Fuck. Es fühlt sich, dass die Realität... ...brenniert. Sieht aus von Creepy Face. Was mache ich mit dem Zeitpunkt? Alter, fuck. I just have to make one simple change, so I won't end up in San Francisco. Simple. Simple? Oh nein. Das war doch klar, das hätte sie sich doch denken können. Wir alle haben es uns gedacht, oder? Jeder hat es gedacht. Jeder hat es bewusst nicht gedacht. Ach Mensch. Warum musste sie überhaupt unbedingt den Contest gewinnen? Das hat doch damit gar nichts zu tun. Ihr hättet ihn doch auch so verknacken können. War das denn jetzt so wichtig? Ich verstehe nicht, warum das so wichtig ist, dass sie den Contest gewinnen, dass Jefferson verknackt wird. Gott, nein! Ich bin wieder hier wieder? Ich dachte, ich habe alles verknackt. Was hast du gesagt, Max? Was? Jefferson sollte hier in Gefängnis sein, nicht hier. Jesus. Es ist so, dass du zurück in meine Klasse bist. Du bist noch in Gefängnis. Du bist noch in Gefängnis. Es wäre cool, wenn du jetzt eine von deinen Patenten Selfie fielst. Die Transformation zwischen den alten Max und den neuen Max. Insofern. Antwort auf meine Frage, bitte. Eat shit and die, fuck you. Eat shit and die. Gut. 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 Hey, dein Nose ist bleeding. Probierlich hat dir das zu groß. Sorry, Max. Aber, als du jetzt sterben, ein Noseblad ist ein Problem im Weltall. Oh. Ich musste die Victoria Chase weg. Nein. Du lässt sie... Don't be stupid. Okay? She's exactly where she deserves to be. No. 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 As if you care. Your iris, that dilation like a shutter. The pictures you're taking of me now. Too bad you pissed away your gift. You could have won the contest, but you destroyed your own beautiful photograph. What a waste. Sorry. I burned all your stuff. I got a little carried away. Fuck. You burned my diary. Always. That's why I'm still here. Especially since you've developed from nerd to hero within a week. There's something weird going on with you. Whoa. Did you see how crazy it is outside? Like I said. Something weird. There's that fear. Oh. Max. It's an honor working with you on these final sessions. I hope these images will be appreciated for what they truly capture. The loss of youth. At least, that's the last lecture you'll ever have to hear from me. And I promise you, no more nosebleeds. Mr. Jefferson. Please. Don't do this. You don't know what's happening. Shh, 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 shh. Quiet. Quiet, Max. Please. Don't do this. What? I promise. This final dose won't hurt. What? Oh my god. Oh my god. Oh my god. Vorsicht. Dave. Sag doch was. No David. No. Jesus. David Madsen. He's out cold. Good. I always hated that fascist fuck. Everybody at Blackwell did. Right, Max? Okay. Eigentlich hätten sie dich hassen sollen. Let's try this one last time. No, 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 no. Das seh ich ja mal nicht so. Und I promise you. No more nosebleeds. Wait. Hold on. Can I? Can I please ask you for one last request? Oh. You got me, Max. How can I deny that face? John Flaight, Samuto, one last picture. Oh god. Was würde denn helfen? Okay. Also jetzt für die Situation. Licht aus. Vielleicht hat der Merz eine Taschendampe. Aber das würde ihm ja eher sichtbar machen als ihm Sicht verschaffen. Was will ich mit Wasser? Was will ich mit einem letzten Bild? Was will ich mit Musik? Ach, okay. Ja, Brain Bug. Ich denk halt auch schon viel zu sehr wie ein Vertreterpuffer. Ich hab die ganze Zeit, ja bla bla. Klar. Ich hab die ganze Zeit an visuelle Dinge gedacht, aber Musik macht ja Sinn, weil dann hört er den nicht mehr. Könnt ihr bitte zumindest ein bisschen Musik spielen, damit ich wegfliehen kann? Selbst am Ende bist du noch ein Träumer, Max. Das ist ein schönes Traum. Jetzt bin ich ein bisschen verrückt. Ein bisschen verrückt. Ich bin immer ein bisschen, bitte, strange in der Head. Es ist alles ein bisschen hazy. Aber ich bin sicher, ich werde ein bisschen schrecklich sein. Und ich bin ein bisschen kuckuckuck. Was? Was? Ja, aber was soll ich denn tun? Hä? Aber Musik ist doch schon richtig. Ja, jetzt läuft es ja wieder genauso wie beim letzten Mal. Ich bin ein bisschen kuckuckuck. Und ich bin ein bisschen kuckuckuck. Halt es! Was? Das hilft mir nicht. No way, Jefferson! Ja. Warte mal, aber hier war doch ein Punkt. Hätte ich hier irgendwas machen können? Hätte ich da irgendwas tun können in der Zeit, in der er hier ankommt? Ah, Musik ist doch richtig! Oh Gott! Wie? Wie? Ich raff's nicht. Das ist doch nicht Musik. Oh Gott! Uh, excuse me, but my throat is scratchy, can I please have some water? Of course. I don't want you to be uncomfortable. I promise, this final dose won't work. Okay, it's left us with that. David, watch out! How? How did you know that? Holy crap! No gun, no balls. Jefferson! It's over! You are not going to stop me! David, kick that table! Shit! Aber schön, dass er auch immer anders aufs Sofa fällt. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich jemals freue, den zu sehen. Ich werde mich nicht mehr nehmen! Ich werde dich mit dir gehen. Danke, David! Danke! Danke! Danke, mich. Danke! you brought me here let's wrap up this son of a bitch first he won´t be going anywhere when he wakes up except you are going to prison forever or worse mr. jefferson now is your turn to be captured in a moment Doch, ich mir gefällt, dass du... Ja komm, irgendwas wird doch übrig sein. Können wir ein Foto machen? Er sieht ja schon fast unschuldig aus. Oh Gott, kennt ihr von... Oh, wie heißt sie? Ich glaub... War das Lana Del Rey? Gods and Monsters? Mit der Zeile... Innocence Lost? Das hat dich eigentlich in die Playlist getan für vor dem Stream. Dacht mir aber, ich mach dann doch mal. Hätte gut gepasst. Hätte gut gepasst. Schau mal hier. Es fühlt sich wie ein Verbrechen. Jefferson... Was... Was gonna kill me. Wie er mit der Victoria-Chase hat. Oh nein. Ich habe immer das Sospekte, dass das Sonne von B****. Ich habe nie das. Bis zu lange. Du musst dich nicht überraschieren. Du bist nicht ein Verbrechen. Du bist nur ein Verbrechen. Du bist nur ein Verbrechen. Das war ein Teil von seinen Schmerzen. Ich war nicht überraschend, als du an Nathan verbringst, von Kate Marsh. Ich dachte so, auch. Und Max... Ich verratete Kate wie B****. Ich weiß, dass sie eine gute Person ist. Aber ich bin nicht. Ich hoffe, dass ich sie so erzähle. Ich will sie so schnell zu sagen. Ich werde sie auf. Ich bin überzeugt. Ich denke, dass sie das ganz glücklich gefällt. Ich weiß, dass Nathan Prescott ein Verbrechen war. Ich habe es zu lange helper gefeiert. Ich habe es zu lange Zeit um ihn zu unterhalten. Jefferson bereits einverstanden. Sie haben ein bisschen süßig. Sie hatten ein bisschen angenehm an Beinemenschlüsse. son thing going on but nathan killed rachel and jefferson had to use him as a scapegoat that pervert was pulling all this shit right under my nose too i could have stopped him and nathan if only i wasn't so stupid no i told principal wells nathan had a gun and almost used it but he didn't want to believe me i should have been more loud we all make decisions we regret but i have to admit i'm impressed by you and chloe and your investigation i had all the high-tech toys while you had each other we we are a great team that's one of my problems i'm not good at teamwork never was even in the service i can't even imagine what you went through i'm not gonna make any excuses for my behavior i tried to be a good soldier but i wasn't so great i tried to be a good father too but when joyce kicked me out i had nothing i'm so sorry about that i didn't want that to happen i should never have set up those surveillance cams who kept all those files i'm going to tell joyce i was wrong about you she does love you it's pretty obvious i try not to use my service as an excuse but it's hard to come home after war most people don't know or care what it's like except joyce she gave me hope a new life and you saved mine chloe is she 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 would be proud of you i just want to see her safe with her mother i promised joyce i would go see a family counselor i'll start by apologizing to chloe i don't expect her to call me dad but maybe she'll stop calling me step douche so where is chloe okay was warum ist das eine entscheidung warum ich mein also was ich denke was passieren könnte ist dass wenn wir ihm sagen wo chloe ist dass er dann da auftaucht und chloe dann durchdreht weil oh step douche ist da und boah lass mich bloß in ruhe macht sie halt irgendwie so ihren punk shit ne ihren rebellen scheiß und ne hauptsache bloß nicht auf den hören und sich von dem nicht helfen lassen und der soll sich bloß verpissen und das könnte problematisch werden ist das was ich vermute was passieren könnte aber aber ich habe aber die angst dass wir seine hilfe brauchen um sie zu retten ist halt irgendwie doch größer david gott stimmt sie ist ja tot ich habe das voll vergessen es stimmt sie ist ja tot gott no god not chloe max max are you sure are you yes i i saw her i i saw a jefferson killer in the junkyard last night last night last night when i was feeling sorry for myself in my hotel room i promised joyce that i would protect her and chloe back hacked how can i face her and explain this i never even told chloe that i what god damn it you killed my wife's child you sick fucker and you took away my step daughter träg jetzt nicht durch nee david wait max max i'm sorry i'm sorry you had to see that what a mess das ist nicht gut what have i done das ist nicht gut all that time i wasted with surveillance chloe i'm sorry joyce i failed you das ist nicht gut my family you didn't fail you did your best das ist nicht gut das kann ich so nicht stehen lassen kann ich das zurückspulen ich kann das zurückspulen oder also jetzt ist david halt jetzt steckt er halt wirklich tief in der scheiße man jetzt ist er ein mörder die 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 ich 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 nicht ich 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 Er kann Notwehr draus machen, der Typ lag ohnmächtig auf dem Boden. Außerdem Ausserdem weiß er die Wahrheit und er muss mit der Schuld ja leben. Ich habe keine Ahnung, er war so krank. Ich habe keine Ahnung, er war so krank. Ich mache alles genau wie vorher. Ich sage es ihm nicht. Ich hoffe sie verpackt das irgendwie glaubwürdig. Das ist eine echt beschissene Lüge. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott tut das weh. Oh Gott. Sekunde, es geht gleich weiter. Ich brauche einen kurzen Moment. Oh, shit. Was ist das, dann? Nein. Krankwagen. Sorry. Oh, man. Ich will gar nicht sehen, was er da anfängt. Wow. Alter, 4500 Dollar. Ich fand's ja sowieso schon die ganze Zeit schräg. Und ich meine, ich kenne Fotomenschen. Und ich kenne schräge Bilder. Okay, gehen wir. Ich lass das so. Ja. 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 Hallty. Ja. 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 La atmen. Ja. Kä Ich habe für mich. Ja. 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 He wants to hurt you next. Sorry. Ach du Scheiße. Schau! 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 Warren is at the Two Hills Diner, so hurry up! Ich muss den Cut für YouTube setzen. Oh Gott, es gibt auch keine guten Stellen in dem Spiel. Irgendwie. Oh Gott. Ich mache es einfach kurz und schmerzlos. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.